So baut man sich eine Strategie oder ein Konzept. Vor kurzem habe ich ein TikTok-Video veröffentlicht und eines der Kommentare war, hey, kann ich mal ein Beispiel machen, wie eigentlich so ein Konzept mit acht Elementen aussieht und ich zeige euch hier ein bisschen Einblick, wie wir das mit unseren Kunden machen. Ein Beispiel, ich kann jetzt zwar keine effektiven Cases gesamthaft durchspielen, aber ich gehe mit euch mal in verschiedenen Folien die verschiedenen Schritte durch und ich hoffe, es wird euch ein bisschen einfacher fallen, ein Konzept im Bereich Marketing, digitaler Marketing oder wie auch immer zu schreiben. Ein kleiner Hinweis für alle, die nur zuhören. Vielleicht wäre es besser, du gehst zu uns in den Blog und schaust dir das Ganze nochmal an. Wir werden alle Bilder und die Präsentation dort entsprechend zur Verfügung stellen, aber es hat auch ein Video, wo ich alles nochmal erkläre. Also, wir setzen dafür auf ein Canvas, ein ganz standardisiertes Canvas, das ich an verschiedenen Hochschulen auch aufzeige mit den Studenten bis zum Exzess übe und auch Prüfung darüber schreibe. Das Canvas setzen wir aber ebenfalls ein für all unsere Projekte mit Kunden und Fokus eben entsprechend mehr neue Kunden zu gewinnen. Dafür als allererstes Mal die Analogie, was ist eigentlich eine Strategie? Und ich nehme gern dieses Bild hier von dem Gipfel nicht, weil es so pathetisch wirkt, sondern weil es eigentlich zeigt, dass der Mensch auf dem Bild irgendwo hin will. Der hat nämlich vor, auf den Gipfel zu steigen und dafür kann er verschiedene Wege gehen, muss aber das Wetter und so weiter beachten. Das heisst, eine Strategie ist am Ende vom Tag nämlich immer das Erreichen eines Ziels unter der Berücksichtigung der Gegebenheiten mit den notwendigen verfügbaren Mitteln. Ziel, ihr seht, worauf das rausgeht. Man muss ein Ziel definieren, man muss schauen, wie die Wetterlage ist und natürlich, welche Mittel einem zur Verfügung stehen. Helikopter, Seilbahn, Wandern, Klettern, wie auch immer. Und das bettet man dann zum Schluss in ein Konzept ein. Und ein Konzept, wo ist da der Unterschied zur Strategie? Das Konzept ist eigentlich ein Plan. Er sagt nämlich genau, was man machen muss und analysiert. Also in der Strategie werden wir zum einen analysieren, aber auch im Plan und gehen dann nachher sofort in die Umsetzung, die dann aufzeigt, was eigentlich die nächsten Schritte sind. Und um sich das eigentlich zu merken, will ich euch eine Analogie mit auf den Weg geben, die ich auch schon mal auf TikTok gezeigt habe. Nämlich, alle Zebras ziehen Seile meistens mit breiter Fresse. Denn alle steht für Ausgangslage. Zebras natürlich für Ziele, ziehen Zielgruppe, Seile, Strategie. Meistens Massnahmen mit Medienmix, breiter Budget und Fresse, Forecast. Und ich hoffe, das Bild geht euch nie wieder aus dem Kopf. Aber, auch wenn ihr euch das merken könnt, drei Sachen braucht es nämlich noch als Voraussetzung. Zum einen eine Vision, die sagt, hey, wir wollen dahin, wir wollen das machen. Alle sind nämlich dabei und ziehen an einem Strang. Dann braucht es eine Art Handbuch, nämlich Leitplanken, die euch sagen, in welchem Rahmen ihr euch eigentlich bewegen sollt und könnt. Und die würde ich natürlich auch in das Konzept respektive Strategie integrieren. Und zum Schluss das richtige Mindset, nämlich Try and Error. Weil heute ist der Markt so viel volatiler, das Leben so viel schneller, dass wir keine Strategien mehr machen können, die 15, 15 Jahre ausgelegt sind, sondern gerade im Marketing ein bisschen kürzer gedacht sind. So sieht das ganze Canvas eigentlich auch. Und ihr seht wieder stellvertretend, da oben rennt das Zebra durch. Und ich lege eigentlich gerne in der Mitte drüber die Customer Journey, die wir ebenfalls immer wieder einsetzen und für das entwickelt haben, dass ihr die verschiedenen Touchpoints oder die verschiedenen Wege, die der Kunde machen kann, auch für den Plan berücksichtigen könnt. Und um euch das besser einzutrichten, hier noch ein paar Icons und die ziehen wir komplett durch. Und ihr könnt das ganze System für jegliche Art von Strategie, Konzept im Bereich Social Media, Website oder Kampagne verwenden. Denkt einfach dran, die Strategie ist übergeordnet und das Konzept kommt dann im Bereich Maßnahmen und Medienmix mehr zum Tragen, weil da beschreibt ihr die einzelne Umsetzung. Also starten wir mit der Ausgangslage. Bei der Ausgangslage geht es eigentlich nur darum, mal das Unternehmen vorzustellen, den Markt zu beschreiben, das Angebot zu beschreiben und die Konkurrenz aufzuzählen und natürlich die Analyse. Bei der Ausgangslage geht es darum, den Lesenden des Konzepts in den Kontext zu setzen. Meistens intern ist der Kontext nicht so schwer. Gebt ihr aber euer Konzept an einen Dienstleister wie eine Agentur, dann sollte hier sofort klar werden, um was es geht. Bei der Analyse ist es ganz abhängig davon, welches Konzept, das ihr wählt oder welchen Konzeptyp, das ihr später umsetzt. Was ihr in den Maßnahmen genau macht, braucht ihr eine SWOT-Analyse. Eine SWOT-Analyse braucht ihr zum Beispiel, um die Strategie überhaupt zu finden. Braucht ihr eine Website-Analyse, wenn ihr sowieso eine neue Website bauen wollt und die ein wichtiger Bestandteil ist, braucht ihr das. Braucht ihr eine Wettbewerbsanalyse, dann kommt das da rein. Braucht ihr eine Social-Media-Analyse, wie auch immer. Was auf jeden Fall dabei sein sollte, wäre PESTEL. PESTEL steht für Politicals, Ecologics, Social, Technologics, Economics und Legal. Also die Umweltfaktoren, politischer Natur, ökonomischer, ökologischer, sozialer, technischer und rechtlicher Natur, die irgendeinen Einfluss auf die Reise nehmen können. Dann als nächstes gehen wir in die Ziele. Und bei den Zielen, da ist es ganz wichtig in meinen Augen, dass man sich vor Augen führt, dass Ziele aufbauend funktionieren. Und ich nehme da gern das Beispiel von einer Pyramide. Wenn ihr Lego zu Hause habt, probiert es mal mit Lego selber aus. Baut mal so eine 3D-Pyramide, wie ihr hier auf dem Bild seht und fangt unten außen an und dann geht ihr immer eine Reihe nach innen und ihr werdet merken, am Anfang ist das Ganze sehr, sehr instabil. Aber sitzt der letzte Stein zu oberster auf der Spitze und ihr drückt von oben drauf, dann garantiere ich euch, dass die Pyramide nicht zusammenfällt. Fehlt aber irgendwo unten ein Stein oder sitzt er nicht fest, dann bricht die Pyramide zusammen. Das heisst, ihr könnt noch so eine gute Unternehmensvision haben, wenn die Abteilungsziele oder die Konzeptziele entsprechend von unten nicht aufbauend nach oben drauf einzahlen, dann macht das keinen Sinn. Deswegen gehen wir her und tun Smart ein bisschen anders definieren. Nämlich, wir nennen das Smart Plus. Wir sagen bei spezifisch eigentlich, um was, dass es in dem Bereich genau geht. Ein absolut zu erreichendes Ziel und kein Prozentziel. Falls ein Prozentziel gemacht werden sollte, dann unbedingt den Ist- und den Soll-Zustand angeben, weil sonst fehlt dem einen oder anderen der Kontext. Dann unter M nicht Pleonasmus betreiben und erklären, dass das absolut zu erreichende Ziel messbar ist, sondern viel eher hingehen und sagen, was für ein System gibt mir eigentlich die Zahl, die ich erreichen will. Das wird später noch sehr, sehr relevant, weil ihr euch ein Dashboard, bauen wollt, wo ihr die Überprüfung auf dem Weg zum Ziel erreichen könnt. Dann, wer ist dafür zuständig? Gerade in grösseren Unternehmen ist es recht wichtig zu sagen, hey, irgendjemand hat hier den Hut eigentlich an. Unter R bevorzuge ich, anstatt von realisierbar, was eigentlich mehr so Philosophie-Sache ist, relevant. Nämlich, die Pyramide, wieder hier, macht das Ziel eigentlich Sinn, wo ich mir setze? Macht es denn überhaupt Sinn, dass ich zehnmal pro Woche poste, dass ich dreimal pro Woche einen Blog veröffentliche und wöchentlich ein Newsletter schreibe? Macht es Sinn, 120.000 Follower zu erreichen? Prüft das. Macht das wirklich Sinn, euer Ziel? Und dann, fast zum Schluss, wie immer, timeable, also bis wann soll das erreicht werden? Und hier kommt bei KPI der Plus-Teil und der kleine Unterschied, nämlich ein Ziel, das ist was, das wir innerhalb von der gegebenen Frist, dem Timeable-Teil, erreichen können. Jetzt ist aber die Frage, wie messen wir, ob wir auf dem richtigen Weg sind? Also, welche Zahl wird eigentlich so in ein Dashboard reinkommen, damit wir wissen, wir erreichen das oder nicht? Angenommen, wir wollen 120.000 Franken Umsatz machen, dann wäre eigentlich eine KPI der monatliche Umsatz oder der Tagesumsatz oder der Wochenumsatz oder wie auch immer. Auf jeden Fall könnten wir dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auf das Dashboard schauen und würden sehen, erreichen wir unser Ziel oder nicht. Natürlich sollte man das ein bisschen mehr in den Kontext setzen, weil bei 120.000 Franken Umsatz müssten wir pro Monat im Durchschnitt 10.000 Franken machen. Dass wir jeden Monat 10.000 Franken machen, im Durchschnitt ist relativ unwahrscheinlich. Wir machen vielleicht mal 5 und dann müssen wir in einem anderen Monat 15 machen. Also was ich hier empfehle, ist mit einem Ampersystem zu schaffen. Ich zeige euch das gerade an einem Beispiel, an guten und schlechten. Ein schlechtes Beispiel, die Abschlussquote von 10 auf 20% erhöhen. Dadurch, dass wir nicht wissen, was das absolute Ziel ist, ist es relativ schwer zu sagen. Wir wissen aber, wir sehen es im Salesforce, der Verkauf ist zuständig und die KPI hinten, die zeigt aber genau an, dass wir, wenn wir über 25% sind, sind wir im grünen Bereich, nämlich okay, dann werden wir das Ziel sicher erreichen. Wenn aber das, die Abschlussquote zwischen 15 und 25% ist, dann kann es sein, dass wir irgendwann, wenn die halt so in einem Bereich rumpendelt, wo unter die 20% kommen, dass wir das nicht erreichen werden. Das heisst, nach zwei bis drei Monaten sollten wir hier unbedingt reagieren. Wenn es unter 15 fällt, ist es ein Problem. Das gleiche könnt ihr mit einem Warenkorb machen, der Average Shopping Card Value wird gesteigert, nämlich auf 113%, das heisst 105 Franken, vorher war er 92,63. Wir messen das in Google Analytics und der ist okay, sobald er über 104 eigentlich steigt. Das ist sehr, sehr pessimistisch angeschaut. Hier könnten wir natürlich bei okay noch ein bisschen mehr geben. Oder ein anderes Beispiel, ihr wollt zum Beispiel etwas messen, wo nicht so gut und klar ermittelbar ist mit einer Zahl. Zum Beispiel, wir wollen den Brand Beyonder positionieren und wir können das sehen, indem das unser Suchvolumen auf dem Brand in Kombination mit unserer Website steigt. Also sobald unser Suchvolumen pro Tag auf über 20 fällt, weil wir die vergangene Daten aus der Google Search Konsole ausgelesen haben, wissen wir, das wäre ein guter Wert, dann wissen wir, wir werden das Ziel erreichen. Oder auch die Reichweite von Beyonder allgemein erhöhen. Können wir sagen, okay, wir haben verschiedene Kanäle, TikTok, Instagram, Facebook und LinkedIn und wir machen das mit dem Followerwachstum pro Woche, weil wir auf der einen oder anderen Plattform wissen, dass das Followerwachstum essentiell wichtig ist für die entsprechende Reichweite. Also Ziele hier ganz wichtig, setzt die möglichst gut, damit ihr nämlich auch sagen könnt, hey, das wird nachher in der Umsetzung etwas sein, das wir als Massnahme betiteln können. Oder, also Ziele setzen ist mega wichtig, das heißt, dass ihr später in den Massnahmen immer schauen könnt, hey, welche Massnahme zahlt eigentlich nachher auf welches Ziel ein. und ich empfehle euch, macht lieber keine Leistungsziele, sondern setzt die Leistungsziele lieber als Massnahme und folgt den entsprechenden Zahlen. Jetzt zu der Zielgruppe. Ja, vielleicht der eine oder andere weiß, was jetzt kommt, es geht um Personas. Bei den Personas, ich bin lange Zeit kein großer Fan davon gewesen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe immer gedacht, warum brauchen wir so ein Template, bis ich irgendwann mal in der Situation war, dass mir eine Zielgruppe vorgestellt worden ist und ich habe mir die Zielgruppe so vor den Augen vorgestellt. Es ging so um kleine, mittelständige Unternehmen. Macht mal die Übung jetzt für euch mit, was ihr euch vorstellt. Es geht um kleine, mittelständige Unternehmen. Autogaragen vor allem sind so die Zielgruppe. Die suchen irgendwelche Menschen für ihr Unternehmen, Mechaniker und so weiter und so fort und das Unternehmen, das die Zielgruppe anspricht, ist ein HR-Anbieter, wo den Unternehmen helfen will, die richtigen Mitarbeitenden zu finden. Jeder von euch wird jetzt seine Autogarage im Kopf haben und ihr werdet feststellen, wenn wir jetzt alle die Autogaragen, die ihr im Kopf habt, als Kommentar schreiben würdet, würde der eine von einem Peugeot-Garageräden, der andere von einer Opel, dann einer von Audi, von BMW, von Jaguar, von was weiss ich was und jeder hat ein anderes Bild davon. Und ein Persona-Template soll helfen, das Bild ein bisschen genauer zu machen. Was braucht es da eigentlich, dass eine Persona ein klares Gesicht bekommt, dass wir die Bedürfnisse überhaupt darstellen können? Als allererstes ganz einfach Name, Job, Alter. Einfach mal so grob, damit ihr mal einen Anfang habt und wisst, worum das es geht. Vielleicht ähnelt sich die Persona eurer Wunschkundin oder eurem Wunschkunden oder widerspiegelt sogar ein eurer bestehenden Kundschaft. Dann schreibt eine kleine Kurzbiografie von 100 bis 250 Zeichen, die kurz erklärt, wer dieser Mensch eigentlich ist. Macht es nicht zu lang, weil sonst kann man es sich eh nicht merken. Dann schreibt euch ganz wichtig alle Touchpoints dazu, wo er die erreicht, weil die werden später für die Massnahmen noch relevant. Pack dazu ein paar Bilder. Einmal, wie sieht die Person ungefähr aus und in welchem Umfeld ist sie unterwegs. Warum? Wenn wir nämlich gerade wieder an das Garagenbeispiel denken, da kann es natürlich sein, dass die Opel Garage nicht so die hochmoderne Technologieausstattung wie die Jaguar Garage hat. Und das kann vielleicht bei der App-Umsetzung später dann zu Problemen führen. Was ich noch zusätzlich ergänzen würde, in welchem Umfeld wird die Person eigentlich gewisse Aufgaben im Zusammenhang mit eurem Unternehmen eigentlich machen. Und dann, welche Ziele sollen dadurch erreicht werden und was hindert sie daran, die Ziele zu erreichen. Also, was haben wir hier, wenn wir uns das anschauen? Da oben geht es um die Identifikation und die soziodemografischen Grundlagen für eure Werbung. Bei der Kurz-Bio sollt ihr Storytelling einsetzen, damit man sich die Persona besser merken kann. Und die Touchpoints widerspiegeln eigentlich mögliche Marketingmaßnahmen auf welchen Kanälen. Die Bilder werden das ganze Geschriebene visualisieren. Die Aufgaben zeigen eigentlich die Journey. Ziele definieren positive Kommunikation und Probleme negative Kommunikation. Wie könnte das aussehen anhand von einem Beispiel von der Versicherung, wir haben hier Michael Mittelstand, der ist Teamleiter Verkauf Ende 30. Ihr seht auf den Bildern, Familienvater hat viel zu wenig Zeit, will schnelle, unkomplizierte Lösungen. Wo ist er unterwegs? Auf Social Media, auf Out of Home, das heisst am Bahnhöfen, in der Agglore-Mation und sogar im Radio. Aufgaben, er muss die Entscheidung für seine Familie treffen oder zumindest mit seiner Frau zusammen die Entscheidung treffen, weil die hat ehrlich gesagt keinen Bock, weil wir wissen, Versicherung aussuchen macht keinen Spass. Die Ziele sind natürlich, Informationen zu halten, verstehen, erklären können und die richtige Entscheidung zu treffen. Und das Problem, er hat keine Zeit, er ist abgelenkt mit den Kindern, die Auswahl ist zu groß und die Vergleichbarkeit ist mega schwierig. Aus dem könnt ihr dann entsprechende Sachen für eure Strategien ableiten. Hier ist mal die Frage, welche Strategie wollt ihr denn eigentlich wählen? Wir haben einmal den Marketing-Fokus, wo man sagen kann, wir wollen Sichtbarkeit erhöhen, dann muss man sich überlegen, wie kann man Sichtbarkeit erhöhen, weil auf Marketing-Fokus-Ebene könnte das die Reichweite sein. Aber wir brechen das jetzt mal runter auf verschiedene Unterebenen. Von dem Marketing-Fokus kann man nämlich auf den Social-Media-Fokus gehen. Das heißt, bei Markenbekanntheit brauchen wir auf Social-Media eine höhere Sichtbarkeit. Bei Image brauchen wir auf Social-Media Storytelling. Für Reichweite muss die Posting-Frequenz gesteigert werden. Für einen besseren Service steht Monitoring und Community-Management und Neukundengewinnung wird in Werbung weitergeführt. Wenn wir das Ganze weiterziehen, heißt das vielleicht auch, wir müssen mehr Plattformen besetzen. Wir brauchen Serien, die sich, also die Formate lassen sich dann in irgendwelche Serien niederspiegeln, die wir als Content verwenden. Wir müssen vielleicht die Produktion vereinfachen, damit wir mehr posten können. Wir müssen Interaktionen fördern oder Influencer. Ich habe euch auch noch ein Beispiel mit dabei von einem weiteren Canvas, das eigentlich gerade für Social Media super gut geeignet ist. Wir beschreiben nämlich hier, welcher Kanal eigentlich das Ziel ist und es sollte pro Kanal unbedingt nämlich so ein Canvas geben. Wir sagen, wer ist der Head auf dem Kanal, warum. Die Person hat die Zahlen des Kanals im Griff, die kennt die Trends und die technologischen Features. Dann sagt ihr jeweils, welche Person er damit angesprochen ist, welche Ziele ihr wieder erreicht, Image, Storytelling, also welche Strategieziele und welche Ziele ihr zuvor definiert habt. Ihr gebt so ein paar Infos mit wie Tonalität, aber ganz wichtig, welche strategischen Fragen wollt ihr jedes Mal bei jedem Post beantworten müssen, die im Hintergrund Sinn machen und auf eure Ziele und Strategie einzahlen. Zum Beispiel, werden alltägliche Finanzfragen behandelt. Jeder Post sollte vorher Ja oder Nein zu dieser Frage eigentlich beantworten können. Oder sind die Informationen einfach verständlich, ist die Information kurz, weil Michael Mittelstand hat keine Zeit. Die KPIs werden hier auf der untersten Ebene für den Social Media Manager mit angegeben und Inspirationsquellen wären hier auch nicht schlecht. Ich empfehle sogar noch jeweils ein paar Formate zu beschreiben, da seid ihr schon sehr, sehr stark entsprechend in der Maßnahmenumsetzung. Wie gesagt, pro Kanal gehen wir aber noch ein bisschen detaillierter auf die Maßnahmen ein. Macht euch zum Beispiel für Social Media einen Redaktionsplan. Geht hin, T3N, den werde ich in den Shownotes verlinken, bietet diesen kostenlos an und ihr habt schon mal alle wichtigen Themen. Wenn aber jetzt wirklich alle am Dreikönigstag irgendwelche Kuchen auf Facebook, Instagram und TikTok laden, dann wird es natürlich nicht mehr spannend. Das soll eigentlich nur mal einen groben Rahmen geben, damit ihr wisst, wo, wann was passiert. Weitere Quellen könnten natürlich sein Google Trends, Social Media Monitoring, Website Statistiken, Google Recherche, Statista etc. pp. Ihr könnt aber vielleicht auch sagen, okay, mir geht es nicht nur um Social Media, mir geht es um die Webseite. Dann würde hier an dem Ort natürlich die Webseite im Detail beschrieben werden und vielleicht gibt es dann eben noch eine detaillierte Analyse von der Webseite, die gewisse Themen eigentlich noch mal aufwühlt und aufzeigt. Im nächsten Schritt, wenn ihr die verschiedenen Massnahmen definiert oder beschrieben habt, geht es in den Medienmix. Bei Medienmix geht es eigentlich darum, die einzelnen Medien aufeinander abzustimmen. Ihr kennt vielleicht das Paid, Earned, Shared und Owned Media Modell. Hier eine Anlehnung von Spin Sacks, die schön aufzeigt, dass wir heute aufgrund der Überschneidung viel, viel komplexere Themenfelder haben und da ist aber wichtig zu wissen, wie baut sich das eigentlich auf? Wie funktioniert eure Strategie mit allen Massnahmen? Wie greift das ineinander herein? Und für das möchte ich euch mal so ein bisschen zeigen, wie Kontrolle und Glaubwürdigkeit auf die einzelnen Teile eigentlich aufgebaut sind. Blöd formuliert, aber es geht eigentlich darum, dass ihr in Werbung, also Paid Media, die höchste Kontrolle habt, weil ihr eigentlich sagen könnt, wann wer was sieht. Werbung könnt ihr jedem einblenden, auf 20 Minuten, auf Blick, auf Google, auf TikTok, egal wo, ihr sagt, wann wer was sehen kann. Das heisst, ihr habt mehr Kontrolle als bei euren eigenen Medien wie eurer Webseite, weil ihr nämlich die User da erreicht, wo sie sind. Bei der eigenen Webseite müssen die Leute natürlich zuerst kommen. Auf Shared Media habt ihr natürlich noch wenige Kontrolle, weil die Plattformen sind gemietet und wenn irgendeine Plattform die Reichweite kappt, sei das Google, sei das TikTok, Facebook, you name it, dann habt ihr ein Problem. Und Earned Media sind quasi alle Empfehlungen, die aufgrund eures guten Contents kommen. Jetzt, Owned Media ist massiv wichtig, denn Paid führt zu Owned. Gute Shared Media Aktivitäten führen natürlich wieder zu Owned. Paid kann natürlich die Social Media Plattform stärken und wenn ihr da einen guten Job macht, dann werdet ihr auch Empfehlungen bekommen, die dann wieder auf Social Media geteilt werden oder zur Website eigentlich zurückführen. Das heisst, ihr seht, eure Website ist so eklatant wichtig und die wenigsten achten wirklich darauf, aber alles rundherum sind quasi Traffic-Lieferanten. Kommen wir zum Budget und da geht es um Zahlen. Beim Budget beschreibt die jeweilige Massnahme von vorher nochmal kurz, sagt auch hier nochmal die Verantwortlichkeit, bindet den roten Faden weiter, indem er Strategie und Ziel definiert und sagt, was sind eigentlich die fixen und variablen Kosten. Zum Beispiel so, wir machen ein Konzept, das kostet nichts, das macht Linda, wir machen eine Mehrbe-Kampagne im Sommer, die kostet 10.000 Franken, die variablen Kosten sind 50.000 Franken. Wir bauen einen TikTok-Kanal auf, das macht Fabian, 200 Franken pro Video und das White Paper, das Robi macht, kostet nochmal 3.000 Franken. Jetzt, wir wissen ja alle nicht, bringt das überhaupt was, also lasst uns einen Forecast machen und mit dem Forecast gehen wir eigentlich hier hin und berechnen mal alles. Achtung, wird kompliziert. Wir nehmen wieder die Massnahme, wir nehmen die totalen Kosten und suchen die potenzielle Reichweite der gesamten Zielgruppe zusammen. Dann nehmen wir einen Faktor von den Impressionen in der Regel bei Werbung siebenmal. Dann halten wir die Impressionen und rechnen die mit den Kosten CPC, CPM hoch und wissen, wie viel das eigentlich kosten wird. Mit der CTR finden wir raus, wie viel Traffic wir für die Impressionen bekommen und mit der Conversion Rate, die wir hoffentlich in Google Analytics jetzt schon sehen, können wir sagen, wie viel Conversions bekommen wir eigentlich und am Ende vom Tag wissen wir, wie viel im Durchschnitt sowas kostet. wir haben dann, also nicht kostet, Entschuldigung, wir wissen dann zum Schluss, wie viel sowas uns wert ist und können so eigentlich den Umsatz und sogar den Return of Advertising Spend oder Return of Investment berechnen, wenn wir die Fixkosten reinnehmen. Am Beispiel, wo ich vorhin gezeigt habe, seht ihr, die Werbekampagne im Sommer könnte einen Return of Investment von 218% haben, weil die gibt so richtig Umsatz, hingegen der TikTok Kanal, der wird immer schlechter performen, weil der kostet nicht so viel, der kostet zwar viel, aber er reicht nicht die 100%, weil 100% müssten erreicht werden, sonst wären wir, sonst würden wir nicht so viel Umsatz machen und beim White Paper, auch wenn es günstig ausgesehen hat, das bringt gar nichts, weil die Conversion Rate einfach schlecht ist. Jetzt fragt ihr euch sicher, woher habe ich die Zahlen und da kann ich euch beruhigen, ich habe im letzten Jahr alle Zahlen zusammengesammelt und habe den Online-Marketing Kennzahlen 2022 Report auf die Beine gestellt und hier seht ihr die durchschnittlichen CPAs, CPCs, CPM und so weiter und so fort, den Link zu den ganzen Daten verlinke ich auch noch in entsprechenden Shownotes, da wird dann auch erklärt, wie wenn zum Beispiel vom CPC auf die Conversion kommt, aber ganz ehrlich, mit der Folie will ich euch jetzt heute nicht mehr langweilen, die Zeit war lang genug, die Folie ist auch noch kompliziert, ich hoffe, dass es euch etwas gebracht hat und ihr versteht jetzt ein bisschen besser, wie so ein Konzept aufgebaut wird oder halt eben auch die Strategie. Probiert es mal aus, wenn ihr irgendeine Frage dazu habt, dann schreibt es in die Kommentare, schreibt mir eine PM, wenn es nicht öffentlich sein soll, ich werde mir kurz Zeit nehmen, drauf schauen und dir hoffentlich helfen können. schreibt 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 schreibt